Heyo Leute, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin hier in meinem Strandhaus, nachdem das letzte Mal alles irgendwie eskaliert ist, habe ich gedacht, ich setze mich zur Ruhe hier an Strand irgendwo und baue mir hier ein kleines Häuschen auf, weil das letzte Mal war schon richtig hart, als mich die 1000 Zombies an einem Berg überfallen haben. Da habe ich gedacht, muss ich mir doch eine Unterkunft bauen, wo ich etwas sicherer bin. Zum Beispiel hier habe ich mir jetzt auch ein kleines Plätzchen gebaut, wo ich mich hinlegen kann und schön ans Meer schauen kann, wie die Sonne aufgeht und mich in der Sonne brutzeln und abends an meinem Lagerfeuer sitzen mit meinen Freunden und so weiter und ein paar Würstchen grillen oder Marshmallows. Also hier ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und ich denke, die Monster, die werden hier sich nicht trauen herzukommen, wenn ich nachher den Nexus platziere. Ich habe mir hier ein wunderschönes Häuschen gebaut und hier drin ist es auch ziemlich angenehm. Ich habe hier einen kleinen Pool im Haus mir hingesetzt, wo ich mich auch schön abkühlen kann, wenn ich nicht in das salzige Wasser da draußen will. Und dann kann ich mich schön hier reinsetzen, das ist wunderbar. Hier schlafe ich dann ganz bequem in meinem Bett. Ich habe hier ein paar Bilder aufgehangen von meinen Abenteuern, als ein Creeper mich angegriffen hat. Und hier, als ich diese Dingens gedingst habe. Und hier, das ist mein Freund, der gute Max. Der gute Max, den habe ich hier aufberewigt. Und hier ist meine Küche. Dort kann ich auf jeden Fall immer mit meinen schönen Kochbüchern hier ganz tolle Sachen kochen. Ein paar Fischrezepte oder sonst irgendwelche Sachen. Milch benutze ich nicht, weil das ist ja bekanntlich Gift. Deswegen, ja, Milch gehört nicht zu meinen Zutaten, wenn ich hier irgendwie am Kochen bin. Aber ja, nachdem das letzte Mal das Ganze eskaliert ist mit diesen Monstern, habe ich mir gedacht, eben durch dieses Strandhaus wird auf jeden Fall alles besser. Und ich werde es diesmal schaffen, die Monster zu besiegen. Ich habe hier wieder zwei Nächsten am Start. Und die werde ich genau da oben platzieren. Da kommen die Monster nämlich nicht hin. Und dann aktivieren wir die und hoffen, dass alles gut wird. Jetzt besiegen wir die Monster ganz, ganz sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es diesmal schaffen. So, es geht bestimmt bald los. Oh ja, es hat fast geladen hier. Oh, ich bin gespannt. Aus welcher Richtung sie zuerst angreifen. Oh, da, ja. Die erste Welle ist unterwegs. So, von wo kommen sie? Ich erledige euch alle. Hm. Hm. Da hinten. Haha, ihr kommt nicht zu mir. Hier ist Wasser, ich bin sicher. Oh. Sie können schwimmen. Was? Oh, oh. Äh. War gut. Sie können schwimmen. Okay, damit habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet, dass die schwimmen können. Nein, nein, nein. Da kommen die ersten schon. Man muss sie direkt abwehren. Kommt her. Zurück mit euch ins Wasser. Zurück. So, ah. Kommt. So. Ihr seid ja gar nichts hier, ne? Ihr könnt gar nichts. Wow. Huch. Da hinten sind die ersten schon fast bei meinem Haus drin. Nein, nein, nein. Nichts da, nichts da. Ich erledige euch alle. So. Kommt her. Au. So. Kommt her. Ah. Nein, nein, nein. Oh. Da ist schon einer in meinem Haus drin. Nein. Oh Gott. Hilfe. Nein. Ich bin hier sicher. Hallo. Geht weg da. Nein, 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 nein. Das sind... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh Gott. Nein. Ich dachte, in dem Haus bin ich sicher. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ihr dürft nicht in mein Haus rein. What the fuck? Nein. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ich muss was essen. Ich muss ganz dringend was essen. Hilfe. Die sind böse. Die zwei hier. Ah. So. Oh, oh. Nein. Was tust du hier drin? Oh Gott. Weg da. Raus aus meinem Haus. Raus aus meinem Haus. Oh. Von wo kommen die alle hier rein? Nein, nein, nein. Nichts. Nichts da. Weg da. Verschwindet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh, Mann. Oh, nee. Böses Skelett. Ach, du Kacke. Die haben hier eine Brücke rüber gebaut. Ah. Verdammt. Verdammt. Nein, nein, nein. Die kommen auf keinen Fall. Die dürfen nicht an den Nexus kommen. Siehst du das schön? Mein wunderschönes Strandhaus. Nein. Weg da. Verschwindet. Verschwindet doch bitte. Oh Gott. Oh mein Gott. Kleine Minispinnen. Ah. Und da kommen noch mehr. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich mach die Tür hier zu. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ah. Ich schaff das. Oh mein Gott. Die Spinne, die springt mich sogar an. Ah. Nix da. Das Skelett muss weg. Oh Gott. Was macht er denn hier? Was macht er? Mein Nexus hat nur noch. Oh Gott. 80 HP. 75. Hui, hui, hui. Jetzt geht's jetzt. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das eskaliert hier richtig. Oh, essen. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Nein, nein, nein. Und ich muss meinen Nexus retten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm her. Komm her. Geht der da oben? Muss weg. Wie ist denn der da hochgekommen? Der hat sich von außen irgendwie hochgebaut. Oh nein. Sie verwüsten mein wunderschönes Strandhaus. Nein, nein, nein. Geht weg. Weg da. So. Tür zu wieder. Hui, hui, hui. Au. Komm her. Nein, nein, nein. Der hat da eine Treppe gebaut. So ist der da hochgekommen. Diese Monster. Die sind so intelligent. Ah. Oh Mann. Ich überlebe das. Ich schaffe das. Gott, 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 Gott. Nein, weg da. Was? Oh, oh. Da hinten ist der Steinewerfer. Nein. Der da hinten. Der dicke Fette da. Oh Gott, der da hinten, der wirft Steine. Der ist böse. Oh Mann. Jetzt scheint alles sicher zu sein. Oh nein. Da ist einer eingebrochen. Weg da. Tschüss. Weg mit dir. Mein wunderschönes Strandhaus. Oh nein. Oh nein. Jetzt scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Ich hab's. Nein. Da kommen viel mehr. Ah, da kommen noch viel mehr. Ich hab... Was? Nein. Wieder dieser Steinewerfer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nein. Weg da. Ah. Verschwindet. Weg von meinem Haus. Ah. Wow. Der hat wieder... Oh, Alter. Nein. Der Steinewerfer, ey. Der ist richtig böse. Ich muss aufpassen. What the fuck? Nein. Und die Springspinne. Ah. Wann? Von hinten auch noch. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh nein. Da ist wohl wieder oben einer beim Nexus. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist teilweise viel zu heftig. Komm her. Oh Mann. Komm her. Erledigt die. Los. Hilfe. Mein anderer Nexus greifen sie an. Alter, nee, der Steinewerfer kommt. Der da oben muss weg. Au. Au. Nein. Verdammt. Ah. Ich schaffe es. Ich muss nicht. Nein, da ist ein Creeper. Nein. Der Creeper ist explodiert. Verschwindet. Nein. So. Der Steinewerfer. Oh. Ja, der ist erledigt. Puh. Mein wunderschönes Strandhaus. Oh nein. Aua. Nein, 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 nein. Das sind die. Oh Gott, die Springspinne. Zwei Stück davon sogar. Komm. Na los. Oh nein. Was kommt da jetzt für eine Armee auf mich zu? Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ich schaff das. Ich schaff das. Komm. Komm. So. Boah. Ich dachte, das Haus wäre sicher. Ah. Mann. Wie sie das alles komplett zerstören hier. Hilfe. Ich muss essen. Oh Mann. Aua. Hä, nein. Da hat hier einer was zugebaut. Oh, oh. Der Steinewerfer. Aua. Muss was essen. Oh. Der ist echt böse, der Steinewerfer. Oh nein. Es wird dunkel. Oh nein. Puh. So, die sind alle weg. Äh. Nein, sind sie nicht. Schade. Äh. Komm her. Jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Bisschen kann was essen. Okay. Ich muss mich hochheilen. Nein, meine Kochbüger. Meine schöne Küche. Meine schöne Küche. Da ist wieder einer. Weg da mit dir. Au. Ich habe die Goldäpfel alle verbraten. Oh nein. Nein. Wow. Au. Alter. Nein. Puh. Ich muss was. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Den kriege ich nicht down. Oh Gott. So. Nein. Ah. Nein. Nur noch ein Halb. Verdammt. Mein erster Tod. Bei drei Toten, ne. Ist das vorbei. Ah. Aber ich habe schon auf jeden Fall länger überlebt, als das letzte Mal im Wald. Nein. Das Skelett. Ich kann das nicht töten. Warum kann ich das nicht töten? Und du weg da vom Nexus. Aua. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Verdammt. Verdammt. Das ist. Oh Gott. Das ist zu krass einfach. Die Monster. Die sind. Da kommt wieder ein Steinewerfer. Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Ah. Verdammt. Ey. Das ist zu heftig. Der baut sich hier hoch. Die sind viel zu krass einfach. Ah. Nein. Nein. Boah. Ja. Der werft TNT. Alter. Das war es. Das war es. Das war es. Das war es. Oh nein. Ein TNT Werfer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Boah. Alter. Und das war es. Slash. Game Mode. 3. So. Äh. Game Mode. 1. So. Oh mein Gott. Leute. Das ist viel zu heftig gewesen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Dieses Format. Monster vs. Gebäude. Und wenn es euch gefallen hat. Habt ihr jetzt die Möglichkeit einen Daumen nach oben zu geben. Mit Lucky Blocks ist das Ganze nicht kompatibel. Weil es für die 1.710 ist. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.